Malzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point und der Verteidigung von Tobias West. Wir haben einige Pandoraner schon getötet. Bisher war es eigentlich auch überschaubar, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier noch kommt. Wir haben hier einen Gegner, den Ardron Tyrann Prime. Dann wissen wir, dass hier hinten noch irgendwo so eine Art Scharfschütze unterwegs ist. Und wir haben hier was um die Ecke stehen, aber da hat Andal schon mal ein bisschen eingeheizt. Hier ist übrigens Tobias West, der Anführer von New Jericho persönlich. Und wir sind durch mit unserem Zug. Ich drücke mal auf Zugbeenden und dann schauen wir mal, was die Pandoraner jetzt noch zu bieten haben. Ja, da hat der jetzt wohl einen gesichtet. Haben wir ihn gesehen? Da ist das... Ah. Das ist auch ein New Jericho-Soldat hier. Und Tobias macht einen Overwatch, falls er kommt. Okay. Hier rein, jetzt wird er eingekesselt. Jetzt müssen wir sehen, was es... Da kommt neue... Oh, die spawnen hier nach. Das hat sich nicht gut angehört. Da könnte der erste New Jericho-Soldat gefallen sein hier. Zumindest gab es einen Treffer. Der bewegt sich weg. Triggert den Overwatch. Und schießt Schaden zurück. Na gut, der hat uns... Jetzt läuft er doch wieder rein. Hier ist noch einer. Mhm. Und hier kommt auch ein neuer. Okay, da kommt dann... Kommt noch ein bisschen was. Das Fahrzeug hier, komische Geschichte, konnten wir aktivieren. Aber wir kriegen es nicht aus der Garage gefahren. Also, das Ding kann schießen, wenn... Wenn irgendwas vor die Flinte läuft. Dann ja, ansonsten nicht. So, wir sind dran. Schauen wir mal, ist das vor der Flinte? Nein. Oh, jetzt kann er... Okay, das war vorhin irgendwie ein Fehler. Jetzt kann er... Er kann doch fahren. Und den Bug hatten wir schon mal. Es ist extrem laut, wenn ich das Fahrzeug bewege. Das muss ich, glaube ich, in der Nachbearbeitung irgendwie ein bisschen rausschneiden. So, wo steht der denn? Ich würde gerne diesen Baum fällen. Aber das funktioniert ja nicht, ne? Können wir jetzt noch weiterfahren? Ich denke, wenn wir Peperoni bewegen, können wir ihn vielleicht... Wir sprinten mal. Oh, da ist auch gleichzeitig noch ein Mindfrager. Wir nehmen mal die hier. Und... Aber das sollte doch klappen hier. Schweres Bein. Jawohl. Direkt... Direkt aus den Socken gepustet. Dann fahren wir mit dem Ermedillo jetzt mal hier hin. Oho. Ohrenschmerzen. Sag mal, an was liegt das denn? Das ist ja alles... Naja. Ich weiß nicht. Das muss ich... Das muss ich... Hier nachträglich rausschneiden. Und... Öffne ich von hier. Nun denn. Okay, dann schauen wir mal, ob wir mit Andal... Ja, ich will jetzt hier natürlich nicht durch das Feuer laufen. Aber wir können den hier zumindest beschießen. 30 Schaden. Jetzt wird er unsichtbar. Ah, da hinten ist er aber direkt wieder sichtbar. Und er ist immer noch beschießbar. Ja, jetzt wird er wieder unsichtbar. Aber es kostet ihn jedes Mal Willenspunkte, ne? Das ist... Das ist ja auch nicht zu verachten. So. Da haben wir nämlich jetzt hier schon einen in Panik. Wir bewegen uns hinter ihn. Und werden uns sprengen. Okay. Wunderbar. Wen haben wir denn jetzt hier... Oben noch alles stehen. Da oben ist Orko erst. Wir nehmen den Raketensprung. Kommen hier runter, weil... Weil es da oben eh nichts mehr bringt. Ja, komm. Dann bewegen wir uns mit Orko einfach mal hier komplett. Hier nach vorne jetzt. Und machen hier Sprint. Zack. Auf den Kopf. Das Ganze ist jetzt... Wann mal Coxner. Keine Mun... Achso. Keine Munition wegen dem... Passt schon. Gehen wir hier hin mit Coxner. Und töten den Mindfragger. Okay. Das heißt, die Seite ist auch erst mal wieder erledigt. Und... Wen haben wir noch? Dark Malker. Ja, können wir mit dem Geschütz was machen? Können wir. Wir könnten rein theoretisch sogar hier reinschießen, habe ich gerade gesehen. Wir probieren es mal aus. Wir haben einmal die Fernsteuerung. Wenn es Schaden macht, können wir das noch ein zweites Mal machen. Wenn nicht, ist auch egal. Aber wir schießen da einfach mal rein. Ich... Ich... Naja. Ich sehe zwar hier überhaupt nichts, aber... Komisch, ne? Irgendwie da hinten dran steht er, aber... Ich glaube, das ist für die Katz. Na gut. Die... Das Glas ist kaputt. Na, nicht wirklich. Wir könnten... Ah, warte mal. Wir könnten aber die Spinnendrohnen... Könnten wir benutzen. Um hier rein zu... Die sind ja immun gegen Feuer, oder? Bin ich... Die sind immun gegen Feuer. Immun... Ja. Also, wunderbar. Die bringen wir hier rein. So, dann haben wir nur noch... Schwarz-Weiß. Mit genug Willenspunkten. Den bringen wir... Auch mal hier... Ins Gebäude. Und machen mal... Sollte er sich hier tatsächlich bewegen wollen... Machen wir hier ein Overwatch. So, Dark Malkov. Das Geschütz sparen wir uns. Jetzt laufen wir dahinter. Das sammle ich in der nächsten Runde wieder auf. Denn... Das bringt ja hier nicht wirklich was. Und... Den Y-Man bringen wir hier hin. Und das war's. Zug... Halt! Warte mal. Kann ich den jetzt nochmal... Ah, jetzt kann ich den bewegen. Schaut mal, wie weit er sich jetzt noch bewegen kann. Ich sollte ihn nicht bewegen. Zug beenden. Jawohl. Schönes Mad-Kid für Tobias Best. Und... Der kann jetzt hier rein... Reinschießen. Wie gesagt, bremmen müsste der ja auch. Also viel, viel darf da eigentlich nicht mal dran sein an den Burschen. Und Tobias Best wechselt das Stockwerk. Auch wieder auf den hier. Aber entweder treffen die alle nicht, oder... Oder der steckt ordentlich ein. Wir werden es in der nächsten Runde erfahren, wenn wir hier mit den Spinnendrohnen reinlaufen. Denn dann sehen wir das Ding endlich. Weiß nach wie vor nicht, was es für ein Gegner ist. Und das ist der Scharfschütze wieder. Oh, und ein Mindfragger. Das ist natürlich jetzt problematisch für den... Für den Soldaten von New Jericho da hinten. Wird schwer da ranzukommen. Und ein anderer steht unter Beschuss. Jetzt kriegt er auch noch einen Overwatch. Der läuft ins Feuer rein. Guck mal. Wow. Das... Das Feuer hat sich jetzt hier noch ausgebreitet. So, komm. Also, dann fangen wir mal mit den Spinnendrohnen an. Ich will jetzt wissen, was das ist hier. Aha. Tja. 140 Bluten. Der ist weg vom Fenster. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir laufen mit der Spinnendrohne einfach durch. Der stirbt. Und den müssen wir uns nicht kümmern. Da gucken wir lieber, dass wir die Spinnendrohne hier in Richtung dieses Scharfschützen. Oder beide in Richtung dieses Scharfschützen bringen. So, dem... Dem können wir irgendwie nicht helfen. Dem Techniker hier, ne? Wisst ihr was? Wir übernehmen mal Tobias West persönlich. Doch, vielleicht können wir ihm helfen, ne? Was kann der denn, der Tobias? Der hat nur eine Pistole. Kann der hier aus dem Fenster schieben? Oh, ja, kann er. Okay, vielleicht... Einen Schuss gehen wir mal drauf auf den Mindfragger. Scheiße. Scheiße, die Arme getroffen. Und hier ist noch ein Killer. Und hier ist noch ein Alpha. Okay, das heißt, wir gehen mal wieder ein Stück weg vom Fenster. Und... Wir übernehmen die Kontrolle noch von diesem Soldaten. Ach, schau mal. Und Nölle... Nölle macht den Kill. Oder auch nicht, weil wir voll aufs Piranha schießen. War... War wieder zu... Zu voreilig hier. So. Kommen wir mit zwei Sprints hier hoch. Ja, kommen wir. Okay, nächster Versuch, den Mindfragger loszuwerden. Klappt. Okay. Trotzdem ist es schwer für den... Also, ob der überlebt, stelle ich mal dahin, weil... Ja, weil die beiden hier auf ihn schießen werden. So, was haben wir denn sonst noch? Orko? Achso, da drin ist ja noch der... Na komm, wir gehen mal hier... Kommen wir da irgendwie rein? Kann ich das Gebäude kaputt fahren? Nee, oder? Kann ich das kaputt schießen? Ich denke nicht. Ich glaube nicht. Dann benutzen wir den mal im Vornehmen hier mit Orko mit. Und dann... Tja... Wisst ihr was? Dann machen wir hier mal nur... Dann machen wir hier mal nur ein Overwatch. Weiß nicht, ob der da reingeht. Aber wir hatten vorhin die Option, da reinzuschießen. Also muss es ja eigentlich auch irgendwie klappen. Wir nehmen das Geschütz wieder auf mit Dark Malkov. Und werfen es mal hier hin. So, dann haben wir Coxner. Hier drüben ist aber nichts. Wir können Coxner nehmen um... Ja doch, ich komme auch noch hier rein. Wisst ihr was? Ich tötete den jetzt, den brennenden Typie. Einfach, weil er uns... Weil es auch noch vielleicht... Ein paar HP bringt. Und dann gehen wir hier hoch. Oh, war da irgendwo noch ein... Peperoni. Peperoni lassen wir jetzt hier einfach mal... Ich wüsste jetzt nicht, was wir tun sollen. Wir bleiben hier einfach mal stehen und machen hier ein Overwatch, falls hier was aufgeht. Aber... Und schwarz-weiß. Ah, guck mal, wir kriegen sogar einen Schu... Ist das durchs Feuer laufen hier? Ich glaube schon. Guck mal. Wieso ist die Tür hier noch zu? Ah, das ist... Hier nimmt er Schaden, ne? Wenn ich hier durchlaufe. Das ist dämlich. Wir bleiben hier stehen. Was? Ne, das bringt nichts. Ich krieg kein... Kein Schussfeld. Dann können wir auch... Dann muss ich hier weg vor dem... Nicht, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitet und plötzlich stehen wir drin. Das wäre... Das wäre dämlich. So, und... Gut. Zug beenden. Was macht den Jericho? Den hier einmal beschießen. Das war leider nichts. Und der Techniker bewegt sich zumindest in Deckung. Ja, und deaktiviert hier in den Arm. Okay. Oh Gott. Aber der Zug war jetzt dämlich, oder? Der Zug war dämlich. Jetzt steckt er ein. Und zwar richtig. 105. Und der andere schießt auch noch. Der Techniker stirbt jetzt vermutlich. Ach, der schießt nur Lähmung. Hahaha. Okay. Vielleicht hat er noch eine Chance. Runter kommt der Overwatch. Sehr gut. Säure-Schaden. Dein Soldat, der Leute, Säure-Schaden. Säure fügt zunächst der Rüstung, dann dem ungeschützten Körperschaden zu. Der Säurewert verringert sich mit jedem Zug. Jawohl. Kennen wir. Haben wir ja auch Säure-Waffen. Das war süß. Das war süß. So. Die Rüstung hat zehn Schaden genommen. Jetzt schauen wir mal, wo die Säure drauf ist. Die ist schon weg. Die ist schon weg. Es waren nur zehn Säure-Schaden. Ging hier nur auf das eine Bein. Okay. Und die Sirenen-Bungie, zum Glück konnte die keine Geisteskontrolle machen. Oder hat sie nicht gemacht, sondern hat versucht, den Amedillo zu treffen. Aber das war natürlich irgendwie süß, oder? So. Weg mit dem Kopf. Okay, da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr vorgestellt, als die 70. Der kann nochmal. Besser. Besser. Not now, please. Hat er nur eine... Ah, okay. Okay. Sense. Einmal hierhin. Wir brauchen kein schnelles Zielen. Wir nehmen einfach nur das Deimos und töten ihn. Yes. Treffen sogar noch ein bisschen den Amedillo. Und dann nehmen wir Orko und gehen hier einmal kurz um die Ecke. Okay. Ausgebannschied. Und jetzt haben wir hier drüben noch ein bisschen was zu tun. Das Feuer. Ja, wir kommen hier... Ah, wir haben die Spinnendrohnen noch. Einmal hierhin. Oh, guck mal, der eine ist in Panik. Und den anderen werden wir jetzt ein bisschen zerlegen. Also der in Panik macht ja eh nix. Äh, jetzt ist die Frage, ob wir den wieder aufgedeckt bekommen. Wir probieren es mal. Ja, nee. Ja. Sturmsoldat von New Jericho. Nebelquellarm weg. Jetzt haben wir die Kontrolle über den Techniker. Stehen weg. Jetzt ist es noch einer. Machen wir mal... Also zumindest das, was ich jetzt vermute hier. Wir haben Coxner noch. Mit Coxner, jetzt stürmen wir mal hier rein. Vielleicht kriegen wir ihn mit Coxner aufgedeckt. Keine Ahnung, wo der steckt. Dann gehen wir hier rüber und gehen lieber in Deckung. Tobias West haben wir noch. Der hat... Ah, 365 Punkte. Den können wir hier schon... Den können wir hier schon noch benutzen. Der ist ganz okay. Dann haben wir... Ja, aber hier durchs Feuer gehen wir natürlich nach wie vor nicht. Aber den Burschen können wir auch noch aktivieren. Und damit haben wir es jetzt eigentlich alle. Was hat der für eine Waffe? Der Bulldog. Das heißt, hier können wir jetzt auch noch ein Overwatch setzen. Wo auch immer das Vieh hin ist. So, Dark Malkov. Bewegen wir hier vor. Ich würde jetzt mal fast behaupten, das ist der letzte der, der uns hier noch fehlt. Was weiß brauchen wir nicht bewegen. Pepperoni brauchen wir nicht bewegen. Ne, Leute. Lasst uns den Zug beenden. Ah, da hinten war er. Und wir sind sofort wieder dran. Wir sind sofort wieder dran. Da hinten ist er. Orko. Der gehört dir. Schau mal, der hat die... Der hat den Overwatch in eine andere Richtung gesetzt. Gehen wir auf den Flammenwerfer. Röste ihn, Orko. Röste ihn. Und dann haben wir Koksner. Beziehungsweise. Es kostet keine Munition. Sprengung. Und das war's tatsächlich. Das war's. Das war's. Okay. Ja. Leider natürlich für die... Für die nicht-Max-Level-Soldaten relativ wenig Erfahrung an der Spitze sind, die ganzen Siebener. Aber okay. Passt schon. Wir haben's geschafft. Das ist das Wichtigste. Mal gespannt, was wir jetzt von Tobias West erfahren. Herausragende Arbeit. Wieder einmal erweisen sich eure Leute als würdige Nachfolger des Phoenix-Erbes. Wisst ihr, als ich Vanadium leitete, noch bevor der Nebel kam, wusste ich alles über das Phoenix-Projekt. Viele Leute dachten, ihr werdet nur paranoid. Ein Kult mit Aluhüten. Doch ich wusste, dass Randolph Symes den richtigen Riecher hatte. Im Gegensatz zu den meisten Regierungs- und Unternehmensführern damals verstand er das Ausmaß der Bedrohung und die Menge an Engagement, die notwendig wäre, um sie zu besiegen. Er wusste, dass wir einen Plan brauchten. Glücklicherweise seid ihr so reich, dass ihr die Zukunft der Menschen planen könnt. Andere haben ihr Geld dafür ausgegeben, um ihre Egos zu befriedigen. Aber ich war immer zielstrebig. Es geht nicht um mich. Es geht um das Überleben unserer Spezies. Dank eures Teams haben wir gerade einen Schritt in die richtige Richtung getan. Ich werde es euch wissen lassen, wenn wir bereit sind zum Zuschlagen. Das ist gut. Tech 125, 625 Materialien, 250 Nahrung. Vielen Dank, Tobias West. Und davon können wir jetzt direkt mal den Rest hier reinstecken und das Ganze wieder nachproduzieren. Jawohl. Wir schauen mal diese Invasion an. Ja, die währt New Jericho hier ohne Probleme selbst ab. Und jetzt gucken wir mal. Dann haben wir hier verteidige Zufluchten gegen Angriffe, um deinen Ruf zu verbessern. Hier ist ansonsten nichts mehr zu tun. Der Mondflug. Also, die das hier oben verteidigen. Jetzt schauen wir mal, wie der Trupp jetzt aussieht. Wir haben... Eigentlich hat nur Schwarz-Weiß einen Treffer abbekommen. Alle anderen... Alle anderen sind voll. Dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg hier hoch zur Mondbasis. Lassen wir sie nicht warten. Los geht's. New Jericho hat ein neues Projekt gestartet. Projekt Nemesis. Oh, das schauen wir uns vielleicht mal an. Wir sind hier 22-Stunden-Projekt Nemesis. 19 Tage und 1 Stunde. Wow. Okay. Aber da ist eine Bombe, die die Pandoraner fordern. Okay. Bin gespannt. Sie arbeiten dran. Gut. 22 Stunden haben wir das Joghurt-Rezeptakel erforscht. Und der nächste... Oh Gott. Das nächste New Jericho Haven wird angegriffen. Diesmal aber von Pandora. Das ist... Das sind Pandoraner. Und da... werden wir vom Kurs abweichen. Und dorthin fliegen. Und... Kam dieser Helios jetzt gerade hier noch dazu? Der kam hier noch dazu, ne? Pass auf. Was ist denn jetzt passiert? Zuflucht an Rade. Irgendwo ist ne... Irgendwo haben wir ne... Aha. Da haben wir ne... Pandora-Zitadelle. Wir haben eine neue Zitadelle entdeckt. Okay. Ähm... Bam, 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 bam. Hatten wir hier nicht noch irgendwo ein Fluggerät? Ich hab hier ein Thunderbird. Sitzen. Warum auch immer. Den würde ich doch da mal hinschicken. Es sind zwar nur sieben. Reicht das für ne Zitadelle? Reicht, oder? Beziehungsweise wir können hier ja noch den... Komm. Hier sitzen noch zwei Mann drin. Neo Rising ist hier dabei. Und Arterod. Ja, komm. Die nehmen wir hier mit. Und dann nehmen wir... Den Thunderbird. Und fliegen auch da runter. Und bewegen uns schon mal zu dieser Zitadelle. Ähm... Bum, 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 bum. Fort Ares schaffen sie selbst. Und Fort Taggart. Da fliegen wir jetzt hin. Und ich bin hier sehr gespannt, ob da jetzt wirklich... Oh, hier... Es steht Pandora da. Aber es ist tatsächlich auch noch ein Synedrion-Fahrzeug vor Ort. Wir können hier nochmal 94 Tech verdienen. Und noch jede Menge Materialien. Kämpfen gegen Pandora. Erstmal. Ja, vielleicht... Ja, wer weiß. Vielleicht ist auch der ein oder andere Synedrion-Sundal auf der Karte. Ich bin hier echt gespannt. Aber wie das ausgeht in Fort Taggart, das sehen wir dann in der morgigen Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, Leute. Haut da rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. 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 Tschö.